Was würde passieren, wenn Deutschland von einem anderen Land angegriffen würde? Viele andere Staaten würden Deutschland bei der Verteidigung unterstützen. Darunter bedeutende und große Länder wie die USA, Großbritannien oder Kanada. Aber warum ist das so? Der Grund lautet North Atlantic Treaty Organization, oder kurz, die NATO. Was das ist, wie es zur Gründung kam und was passiert, wenn ein Mitglied der NATO angegriffen wird, erfährst du in diesem Video. Die Geschichte der NATO beginnt am 4. April 1949 in Washington, wo der Nordatlantik-Vertrag von den USA, Kanada sowie zehn westeuropäischen Staaten unterzeichnet wird. Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 wächst in der westlichen Welt die Angst vor der Sowjetunion und dem Kommunismus. Denn während die USA und der Westen Europas demokratisch sind und der Wirtschaftsordnung des freien Marktes unterliegt, sind Osteuropa und die Sowjetunion kommunistisch bzw. sozialistisch geprägt. Im Zweiten Weltkrieg hatten sie noch gemeinsam gegen das nationalsozialistische Deutschland gekämpft. Aber da die Vorstellung, wie die Welt aufgebaut sein sollte, so unterschiedlich war, wurden aus Partnern Feinde. Damit die Sowjetunion also aus Respekt und Angst vor der USA und dem Westen keinen Angriff starten konnte, wurde die NATO als Verteidigungsbündnis gegründet. Als Gegenpol gründeten die östlichen Staaten unter der Führung der Sowjetunion 1955 den sogenannten Warschauer Pakt, bei dem auch die DDR Mitglied wurde. Über den Lauf der Jahre traten nach und nach weitere Staaten der westlich-demokratischen Welt der NATO bei. Die Bundesrepublik Deutschland am 6. Mai 1955. Im Jahr 1979 wurde der sogenannte NATO-Doppelbeschluss verabschiedet, der in vielen Mitgliedstaaten auf großen Widerspruch stieß, letztlich aber doch angenommen wurde. Dabei handelt es sich um eine Antwort auf neue Raketen der Sowjetunion, die das Gleichgewicht in Europa gefährdeten. Der Doppelbeschluss der NATO sah die Aufstellung von atomaren Mittelstreckenraketen in Europa vor, wodurch eine völlige Eskalation des Kalten Krieges erwartet wurde. Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion wurde 1991 der Warschauer Pakt aufgelöst. Osteuropäische Länder wie Polen traten nun der NATO bei, was als Osterweiterung bezeichnet wurde. Aus dem Verteidigungsbündnis NATO wurde ein Sicherheitsbündnis, das in Krisengebieten auf der ganzen Welt agiert. Im Jahr 2014 haben die Mitgliedstaaten der NATO das Ziel beschlossen, jährlich 2% ihres Bruttoinlandsproduktes, also den Wert aller verkauften Güter und Dienstleistungen eines Jahres, in die Verteidigung zu investieren. Viele Staaten, darunter auch Deutschland, erfüllen das Ziel nicht. Die Truppenstärke aller NATO-Mitgliedstaaten beläuft sich auf fast 4 Millionen Soldaten. Aber was passiert, falls ein Mitglied der NATO angegriffen wird? Dazu ist in Artikel 5 des NATO-Vertrages der sogenannte Bündnisfall beschrieben. Ein bewaffneter Angriff gegen einen NATO-Mitgliedstaat wird als Angriff gegen das gesamte Bündnis betrachtet und das angegriffene Land auch mit Waffengewalt unterstützt. In der inzwischen über 70-jährigen Geschichte der NATO trat der Bündnisfall erst ein einziges Mal ein. Nachdem er während des gesamten Kalten Krieges nie zum Einsatz kam, wurde er 2001 infolge der Terroranschläge des 11. September mit tausenden Toten ausgerufen. Die US-Regierung legte im Oktober die benötigten Beweise vor, dass es sich hierbei um einen bewaffneten Angriff von islamistischen Terrororganisationen auf die USA gehandelt hat. Als neuer, größter Feind der NATO gilt seitdem der internationale Terrorismus. Durch den Bündnisfall kam es zum Einmarsch von NATO-Truppen in Afghanistan. Die NATO engagiert sich weltweit, ist aber seit 2013 nirgendwo mehr im Kampfeinsatz. NATO-Truppen bilden vor Ort aus, bekämpfen illegale Migration, stabilisieren und überwachen kritische Regionen. Eine besonders wichtige Aufgabe ist seit einigen Jahren die Unterstützung im Kampf gegen Terrororganisationen Islamischer Staat. Außerdem unterstützen NATO-Jets die Mitgliedstaaten bei der Überwachung des Luftraums, wie beispielsweise im Nordosten Europas. Der Nordatlantikrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der NATO. In ihm sitzen Vertreter aller Mitgliedstaaten, die mindestens einmal pro Woche über alle wichtigen politischen Fragen in der NATO beraten. Außerdem treffen sich in ihm die Außen- und Verteidigungsminister der Länder zweimal pro Jahr. Kritisiert wird in diesem Zusammenhang die Dominanz der USA in der NATO, die laut Kritikern die Macht des Nordatlantikrates einschränke. So wurden beispielsweise im Kosovo-Krieg die Luftangriffe nicht aus dem NATO-Hauptquartier in Europa, sondern in den USA geplant. Die Frage, ob die NATO heutzutage noch gebraucht wird, wird immer wieder diskutiert. Befürworter verweisen auf osteuropäische Länder, für die die NATO aufgrund ihrer Nähe zu Russland und einer möglichst neuen Ost-West-Konfrontation unabdingbar sei. Auch die Konflikte in der Ostukraine zeige, dass der für uns selbstverständliche Frieden schnell vorbei sein könnte und die NATO dann dringender denn je gebraucht würde. Außerdem verändere sich die internationale Ordnung derzeit rasant, weswegen der Schutz durch die NATO wertvoll sei. Gegner kritisieren die NATO als schwerfälligen Bürokratieapparat, der auf einen modernen Krieg beispielsweise mit virtuellen Angriffen nicht vorbereitet sei. Generell seien viele Waffensysteme veraltet. Viele NATO-Staaten würden unterschiedliche Ziele verfolgen, was zu einem Stillstand führe. Alternative Lösungen, wie beispielsweise eine osteuropäische Verteidigungsallianz oder eine gemeinsame europäische Armee, halten einige für sinnvoller. Auch die Tatsache, dass mit der Türkei ein Staat, der in den letzten Jahren zahlreiche rechtsstaatliche Prinzipien vernachlässigt hat, Mitglied ist, wird kritisiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.